Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lerner der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch Gesagt. Heute ist das Thema Musikfestivals und ich war nämlich am letzten Wochenende bei meinem ersten in diesem Jahr. Ich bin ein großer Festival-Fan. Ich gehe so auf zwei bis drei Festivals pro Jahr. Natürlich nicht nur große Festivals, aber dennoch ist das eine Sache, die mir sehr viel Spaß macht im Sommer und die ich mit guter Laune verbinde. Und darüber möchte ich heute ein wenig sprechen. Worum soll es heute gehen? Zuerst möchte ich euch erzählen, was Musikfestivals sind. Wie ist sowas überhaupt aufgebaut? Dann werde ich euch ein paar Beispiele geben. Dann werde ich euch über das Campen erzählen, denn auf dem Festival campt man natürlich. Und wichtig ist dabei natürlich auch, dass man gut ausgerüstet dorthin fährt, um nicht in eine Notlage zu kommen. Und am Ende möchte ich euch noch ein paar Ausschnitte zeigen von dem Festival, auf dem ich letztes Wochenende war. Und da habe ich so ein bisschen die Stimmung versucht einzufangen mit meinem Recorder. Anschließend gibt es wie immer die Sprachanalyse. Gut, fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Was sind Musikfestivals? Bei Musikfestivals geht es eigentlich darum, dass man verschiedene Bands hat. Da kommt es natürlich immer auf die Größe des Festivals an, wie viele Bands da spielen. Aber im Schnitt, so bei den großen Festivals, sind das immer so, naja, so 80 bis 100 Bands. Es gibt natürlich auch kleine Festivals mit 20 Bands. Und diese Bands spielen alle so an zwei, drei Tagen. Und meistens fängt das Musikprogramm auf so einem Festival dann mittags an und endet dann nachts. Und es gibt mehrere Bühnen, wo dann die Bands entweder gleichzeitig oder eben abwechselnd hintereinander spielen. Also der ganze Tag ist von Musik begleitet und es kommen sehr, sehr viele Leute. Da kommt es natürlich auch wieder auf die Größe des Festivals an. Aber so die größeren Festivals in Deutschland haben alle so circa 70.000 Besucher, was natürlich eine Menge ist. Und die wollen natürlich alle gut versorgt sein. Die wollen alle Platz zum Campen. Und die wollen natürlich auch ihren Platz vor der Bühne haben. Also das ist ein großer organisatorischer Aufwand, so ein Musikfestival zu veranstalten. Und ich kann ja jetzt mal ein paar Beispiele geben. Also die großen in Deutschland sind so Rock am Ring. Das ist ein sehr rockspezifisches Festival, wo eben viel Rockmusik gespielt wird. Es gibt aber auch Festivals, die sehr gemixt sind, wie zum Beispiel das Hurricane Festival oder das Deichbrand Festival, wo eben von Hip-Hop über Elektro über Rock bis hin zu Pop alles dabei ist. Diese Festivals ziehen natürlich viele Leute an, weil große namenhafte Bands spielen und weil eben alle Genres vertreten sind. Das heißt, jeder findet etwas und viele Leute freuen sich auch darüber, wenn man viele verschiedene Genres eben auf einem Festival zusammen versammelt hat. Es gibt natürlich auch genrespezifische Festivals, wie zum Beispiel das Wacken Open Air hier in Norddeutschland. Das ist das weltgrößte Heavy-Metal-Festival und ja, das hat auch eine Größe von, ich glaube, so 70.000 Besuchern und einer Menge von Bands. In Ostdeutschland, in der Nähe von Leipzig, gibt es ein Hip-Hop-Festival namens Splash. Und ich war schon auf einigen Festivals und jedes Festival hat seine eigene Atmosphäre. Da werden natürlich auch Stereotypen bedient, also auf dem Wacken, also auf dem Metal-Festival laufen viele Leute mit langen Haaren rum und schwarzer Kleidung. Auf dem Hip-Hop-Festival sieht man mehr Caps, also so Cappies, die man trägt und längere Shirts, so im Hip-Hop-Style natürlich. Auf dem Hurricane ist eigentlich alles vertreten und was auch witzig ist, ist, dass auf den Festivals auch Kostüme getragen werden. Also viele Leute drehen richtig auf am Festival-Wochenende, verkleiden sich. Es wird natürlich viel Alkohol getrunken auf einem Festival. Das ist alles sehr, sehr witzig. Es herrscht ein Ausnahmezustand, aber natürlich im positiven Sinne. Das ist eine coole Sache, denn egal welchen Beruf du machst, egal wo du herkommst, irgendwie kommen alle zusammen, um zu feiern. Und das ist eine schöne Sache. Und man campt natürlich auch. Übers Campen möchte ich euch auch erzählen und zwar, man nimmt sein Zelt mit oder man kommt mit dem Wohnmobil oder einem Bus, hat dann verschiedene Sachen dabei. Also die einen nehmen natürlich mehr mit, die anderen weniger, aber die meisten nehmen auf jeden Fall Grillausrüstung mit für die ersten Tage. Also so, dass man sein Essen selbst grillen kann, denn auf den meisten Festivals ist das Essen relativ teuer und das Trinken auch. Deswegen sollte man seine Versorgung gut planen. Typisches Festival-Essen ist auch Ravioli aus der Dose. Das kann man auch ganz gut kalt essen. Also da werden einige sagen, okay, vielleicht lieber doch nicht, aber ich finde es eigentlich ganz gut. Also man muss Sachen mitnehmen, die sich länger halten, auch ohne Kühlung, weil natürlich könnte man einen Kühlschrank mitnehmen. Das machen auch viele. Es gibt Festival-Profis, die alles mitnehmen, die ihre große Musikanlage aufbauen, einen Kühlschrank mitnehmen. Und ja, also sehr, sehr professionell alles planen. Die brauchen natürlich auch eine Stromversorgung oder sie haben ihren eigenen Generator mit, wo sie dann eben mit einem Verbrennungsmotor Strom erzeugen. So gut ausgerüstet bin ich nicht mit meinem Camp gewesen, aber wir nehmen meistens einen Pavillon mit und einen Camping-Tisch und auch Stühle, und so, dass man eben zumindest zum Frühstück sich vernünftig hinsetzen kann und ja, den Tag gut beginnen kann. Und natürlich dürfen die Getränke nicht fehlen. Meistens sind nur Getränke erlaubt in Dosen oder in Tetrapaks, denn Glas ist zu gefährlich. Also die meisten Leute kaufen viel Dosenbier ein. Oftmals wird auch extra im Ausland Dosenbier gekauft, damit dann kein Pfand drauf ist, damit man das dann auch entsorgen kann nach dem Festival oder eben auf dem Weg in einen Mülleimer packen kann. Ja, es sind alles so kleine Sachen, die man dazu lernt, wenn man öfter auf einem Festival ist. Natürlich ist auch die Ausrüstung wetterabhängig, also man sollte immer vorher den Wetterbericht prüfen und im Zweifel immer für Regen und für Sonne packen. Denn Gummistiefel sind zum Beispiel sehr, sehr wichtig, wenn der Boden matschig ist, also wenn es richtig stark regnet. Eine Regenjacke ist auch immer gut, denn keiner will nass den ganzen Tag rumstehen und sich die Bands angucken. Wir hatten jetzt in diesem Fall sehr sonniges Wetter und da war dann natürlich wichtig, sich gut einzucremen, also dass man Sonnencreme dabei hat, dass man einen Hut dabei hat und auch eine Sonnenbrille. Also man muss im Prinzip an alle Möglichkeiten denken. Zur Not gibt es natürlich auf den Festivals auch immer kleine Läden, die solche Sachen zur Not noch anbieten. Also was nimmt man mit, habe ich jetzt eigentlich schon gesagt. Eigentlich immer am besten alles mitnehmen, wenn ihr genug Platz habt im Auto, damit ihr für alle Situationen gewappnet seid. Jetzt kommen wir dazu, wie ist denn die Stimmung, wie läuft das ab? Und da habe ich euch ja schon, wie gesagt, ein paar Eindrücke einfangen können mit meinem Aufnahmegerät und die möchte ich euch jetzt zeigen. Also wir waren auf dem Hurricane Festival am letzten Wochenende und daher stammen eben jetzt auch die unterschiedlichen Kommentare. Ihr werdet unterschiedliche Akzente hören, also eher so nordisch, ja, ein bisschen übertriebener Hamburger Akzent ist dabei. Dann werdet ihr viele Spielerklärungen zu Trinkspielen hören, also auf einem Festival wie diesem werden viele Trinkspiele gespielt auf dem Campingplatz, um eben die Zeit bis zu den Bands zu überbrücken. Einige Antworten sind wahrscheinlich auch nicht ganz so ernst gemeint, wie ihr dann auch hören werdet. Wir hatten jedenfalls viel Spaß bei der Aufnahme und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Und anschließend werde ich dann wie immer die Sprache nochmal aufgreifen und in der Sprachanalyse im Detail mit Beispielen erklären. Viel Spaß jetzt mit mir auf dem Hurricane Festival. Was kannst du denn da mit alles machen? Damit kann ich aufnehmen, du. Das ist ja was ganz Fantastisches. Das willst du hier machen? Das will ich hier machen. Ich will hier mal so ein bisschen die Atmosphäre einfangen. Wir sind hier gerade auf dem Hurricane Festival und der Basti steht neben mir. Was sagst du so? Wie läuft's? Also das ist ja mein erstes Mal hier auf dem Hurricane und tatsächlich auch auf dem Festival. Ich bin ja mal auf dem Dockweg gewesen in Hamburg. Das ist aber was anderes, sag ich mal. Da kommst du von zu Hause und gehst da hin und gehst abends wieder nach Hause oder schleppst halt per Bahn, per S-Bahn, dein Zelt da hin als Hamburger, sag ich mal. Aber hier, da haben wir ja ganz andere Geschütze aufgefahren. Ganz andere Geschütze, ja. Kannst du mal beschreiben, wie das hier aussieht? Also das ist hier eine riesengroße Wiese. Ich denke mal, sonst wird das hier für Heu verwendet. Der Bauer macht hier sein Heu. Und der hat da vermietet an uns. Oder sagen wir mal an Hurricane. Und hier sind überall Autos, hier sind Wogenwagen, hier sind Zelte vor den Wogenwagen, Pavillons, die wahrscheinlich hier stehen bleiben am Ende der ganzen Chose. Und ja, kleine Wege führen hier durch. Man schafft es tatsächlich auch noch mit dem Auto hier durch. Also es ist alles übersichtlich. Nicht zu eng. Alle sind schon relativ gut dabei, sag ich mal. Also das Bierchen fließt. Ja, das ist es. Ja, da sieht man auch schon die Nachbarn, die spielen Bierpong. Wir haben ja auch hier so einen Tisch. Da könnte man eigentlich auch gut Bierpong spielen, ne? Worum geht es beim Bierpong? Kannst du das nochmal eben erzählen? Kennst du die Regeln? Ja, die Regeln kenne ich jetzt nur so schwammig. Ich meine, viel muss man da nicht zu sagen. Man muss eigentlich nur saufen am Ende der ganzen Sache. Da ist so ein Dreieck von Plastikbechern aufgebaut auf jeder Seite. Und da ist Bier drin. Dann hat man einen Tennisball, den man quasi in die Mitte werft oder direkt in den Becher. Wenn man getroffen hat, muss die gegnerische Seite das Ding austrinken. Und am Ende ist dann der Gewinner, der noch am meisten Becher da stehen hat. Und am nüchternsten ist. Ja, wie man es sieht, ne? Der Gewinner, also, ne? Ja, wunderbar. Dann gucken wir mal weiter hier. Oh, hier wird schon Essen vorbereitet. Sabrina, machst du mal was dazu sagen hier zum Festival? Wie sieht es aus? Wem erzähle ich das denn? Den, also, du erzählst das der ganzen Welt. Hallo, ganze Welt. Klar, das Festival riecht nach Knoblauch, würde ich sagen. Ich habe nämlich gerade die Knoblauchbutter ausgepackt. Oh. Das wird ja schön riechen heute im Bus dann. Ja, in eurem auch, habe ich gehört. Ah, wir haben auch Knoblauch dabei. Sehr gut, okay. Ja, und der Grill wird gerade warm gemacht hier, erhitzt. Was gibt es heute? Was kommt auf den Grill? Nur das Beste für die Besten, habe ich gehört. Also, es sieht sehr vegetarisch aus, wenn ich mal so über den Tisch gucke. Die Boys, die sind mal wieder hier mit dem Fleisch unterwegs, aber das wird auf jeden Fall eine Mordsause. Ja, sehr gut. Das hört sich doch sehr gut an. Dann gehe ich noch mal weiter. Vielen Dank. So, was wird hier gemacht? Ich mache für den Grill ein Feta in Alufolie mit Tomaten. Ah, Feta in Alufolie. Sehr gut. Gucken wir mal weiter hier. Ja, der Grill sieht schon sehr gut aus. Ich melde mich gleich wieder. Ich muss jetzt erstmal was essen. Einen schönen guten Morgen vom Hurricane Festival. Das ist Tag 1 bzw. Tag 2. Also, wir haben jetzt eine Nacht hier verbracht im VW-Bus und gestern Abend hat es ziemlich stark geregnet. Ja, was soll ich sagen? Füße waren nass. Die Nacht war dennoch sehr angenehm und jetzt gucken wir mal, was der Tag so bringt. Es ist jetzt Viertel vor 11. Die anderen schlafen noch. Also, wir werden sehen, wann die aufstehen und dann gibt es erstmal Frühstück. Die Musik könnt ihr auch schon hören im Hintergrund. Einige trinken auch schon Bier. Also, das Festival ist schon voll in Gange, obwohl es noch nicht mal wirklich offiziell angefangen hat. Also, gestern Abend haben schon ein paar Bands gespielt, so als Warm-Up-Party. Und ja, heute geht es dann mit dem offiziellen Programm los. Ja, das erstmal von mir. Gleich mal gucken, was die anderen so sagen. So, da wird jetzt hier fleißig Zähne geputzt. Zur Musik. Was sagt ihr so zum Campen? Wie gefällt euch das? Geil, aber Zähne-Wurzel ist auch wichtig. Ja, sehr gut. Basti, was sagst du dazu? Ich sage ja noch was Leise. Also, sehr gut verständlich. Gucken wir mal hier rüber. Was steht heute an? Ja, ich checke gerade mal den Timetable und sehe, dass wir gegen halb vier zum Festivalgelände gehen sollten, weil dann die erste Band auf der Mountain Stage auftritt. Sehr gut, sehr gut. Wie hast du heute Nacht geschlafen? Wunderbar, wie ein Baby. Sehr gut. Also, die Stimmung ist schon mal gut. Musik läuft. Wir haben auch schon das erste Bier in der Hand. Es ist jetzt kurz vor eins. Und dann gucken wir später mal, wie sich der Tag so entwickelt. Wir haben hier gerade neue Nachbarn kennengelernt. Magst du dich mal kurz vorstellen, nur mit dem Vornamen, und wie du bisher das Festival so empfindest? Ja, moin. Also, ich bin Phil und ich bin auch Donnerstag angereist. Und ich finde das Festival bisher ziemlich cool. Man kommt mit sehr vielen Leuten ins Gespräch. Man hat schon ein paar coole Bands gehabt. Und also bisher bin ich super begeistert davon bei meinem allerersten Mal Hurricane. Ja, super. Und wie haben wir uns jetzt gerade kennengelernt? Wir sind jetzt gerade einfach so ins Gespräch gekommen. Ich bin gerade aus meinem Bulli rausgekommen. Und ihr habt hier gerade so ein Frisbee-Spiel gespielt. Und dann sind wir einfach ins Gespräch gekommen. Ja, so läuft das auf dem Festival. Wollt ihr auch noch was dazu sagen? Wie findet ihr das Festival bisher so? Fantastisch, würde ich sagen. Ja. Ja. Ist es euer erstes Festival? Das erste Festival für uns? Also für dich auch? Für mich. Wo warst du denn schon? Letztes Jahr auf dem Deichbrand. Auf dem Deichbrand warst du? Ja. Und was ist deine Lieblingsband hier heute? Ich freue mich ganz doll auf Papa Roach und Foo Fighters am Sonntag. Okay. Ja, cool. Ja, dann vielen Dank. Gucken wir mal weiter, was hier so... Oh, da geht die Frisbee-Scheibe auf den Pavillon. Ja, das ist eigentlich ganz cool, ne? Dass verschiedene Leute aus verschiedenen Gegenden hier irgendwie zusammenkommen. Und jeder spielt irgendwie mal mit jedem. Habt ihr schon Spiele gespielt? Hier auf dem Festival? Wir wollten uns gerade auf den Weg machen, um mit Nachbarn da hinten im Pierpunkt zu spielen. Aber bis jetzt haben wir noch nicht. Wir wollten gleich machen. Okay. Ja, dann viel Spaß. Danke gleich. Ich wollte was fragen. Wärst du bereit, mal was dazu zu sagen? Wie findest du das Festival bisher? Also bisher ganz gut, muss ich tatsächlich sagen. Also bis auf, dass es gestern geregnet hat. Aber mein Gott, da stehen wir drüber. Aber ansonsten bis jetzt ganz gut. Also Bands haben wir jetzt hier logischerweise noch nicht gesehen oder gehört. Aber ansonsten macht das Spaß. Also ich stehe ja jetzt gerade bei euch im Camp, ne? Ihr seid alle nette Leute. Ja, sehr gut. Ich finde das gut. Ich bin nur drei Meter entfernt gefühlt. Aber macht Spaß. Woher kommst du jetzt? Ich komme aus dem Wurmsdorf. Okay. Das ist Nebux-Dude, quasi Speckgürtel Hamburg. Okay. Und was sind so deine Favoriten auf dem Festival? Bandtechnisch? Bantechnisch auf jeden Fall Foo Fighters am Sonntag. Da freue ich mich schon richtig drauf. Und heute ist halt Papa Roach. Und ich glaube für mich ist es nur Papa Roach. Wir gehen noch mit den anderen beiden, die gehen noch vorher ein bisschen los. Aber ansonsten Papa Roach. Und Montreal würde ich auf jeden Fall auch sehen. Okay. Habe ich gestern leider verpasst, weil wir zu spät hier waren. Aber das ist schon Foo Fighters. Papa Roach ist schon ganz toll. Jetzt suchst du Leute zum Flunky-Ball-Spielen oder so. Kannst du das nochmal erklären, was das ist? Ja, natürlich. Das ist im Prinzip, du stellst eine Flasche in die Mitte. Stellst dich mit zwei Mannschaften gegenüber auf. In, keine Ahnung, je nachdem wie man das auslegt, in Schritte in Entfernung. Und dann stehst du da, hast einen Ball in der Hand. Hast logischerweise ein Bier. Eigentlich 0,5er. Man kann es auch auslegen, wie man will. Manche spielen mit 0,3, weil sie es halt nicht können. Aber stehst da gegenüber, versuchst die Flasche abzuwerfen. Wenn du die Flasche getroffen hast, darf die Mannschaft, die geworfen hat, logischerweise trinken. Und in der anderen Zeit muss halt die andere Mannschaft die Flasche wieder aufstellen und den Ball holen. Und wenn die wieder hinter ihrer Linie sind, dann ist es zu Ende. Und dann dürfen die werfen. Und so lange geht es halt, bis du getrunken hast. Also gewonnen hat, wer als erstes sein Bier leer hat dann. Richtig. Genau. So funktioniert das. Macht Spaß. Vielen Dank für deinen Kommentar. Und viel Spaß auf dem Festival. Danke, ebenso. Danke. Das freut mich. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute den Samstag des Festivals erreicht. Und gestern haben wir noch jemanden dazubekommen. Heinrich, wie hast du den gestrigen Tag erlebt? Aua. 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 Aua, Aua. Okay. Was magst du noch dazu sagen? Zu viel Bier getrunken. Aua. Zu viel Bier? Was für ein Bier trinkst du denn? Paderborn. Das kommt aus Paderborn. Ja. Wo ist das in Deutschland? In Paderborn. Ah, okay. Ähm, ja. Und was hast du so geguckt gestern? Konzerte. Konzerte. Echt, auf dem Festival. Ähm, und noch? Was hast du sonst so gemacht? Also Bier getrunken, Konzerte geguckt? Den Platz aufgebaut. Den Platz aufgebaut? Ja, hier den Zeltplatz und so. Ach so. Digga, gestern hast du das gemacht? Glaub schon. Ja, okay. Und, ähm, wie ist das Wetter so? Gerade regnet es. Gerade regnet es. Ja, okay. Ein Glück haben wir ein Zelt, ne? Zum Glück, ja. Ja. Gut. Ähm, wie hat dir das Frühstück geschmeckt? Die Banane war sehr lecker. Ja, die Banane. Sehr gut. Ja, dann vielen Dank für das schöne Interview. Möchtest du zum Schluss noch was sagen zu unseren Zuhörern weltweit? Kein Druck jetzt aufbauen, aber was du gerade gesagt hast, war schon gut. Unbedingt. Gut, danke. Ich bin Robin, moin. Moin Robin. Ich bin Nachbar von euch. Und, äh, ja, sag mal, wie gefällt dir das Hurricane gerade so? Ähm, bisher ist es eine katastrophale Veranstaltung. Veranstaltung gestern, dass, äh, die Headliner waren eine Katastrophe. Also, äh, nee, Toten Hosen waren schwach. Ja. Wirklich, ernsthaft. Warum? Ähm, es gab, es hat mich null abgeholt. Es gab kein Feeling und die Stimmung war nicht gut. Ja, okay. Hörst du sonst ganz gerne so Deutschrock? Ehrlich gesagt, nein. Nee, okay. Und wer, wer ist so Headliner für dich? Also, persönlich der Favorit? Ganz klar, am Sonntag die Foo Fighters, deswegen, äh, bin ich hier. Ja. Ich hab, wollte, eigentlich wollten wir nicht hier fahren. Dann haben wir das Line-Up gesehen. Am Sonntag die Foo Fighters, dann haben wir gesagt, okay, wir fahren jetzt doch alle hin. Ja, und was spielt ihr da für ein Spiel? Das heißt, äh, Can Jam. Okay. Das ist, äh, eine Art Frisbee in Tonne werfen. Ja. Du musst die Frisbee werfen und dein Kollege gegenüber muss die Frisbee in die Tonne rein droppen. Ja, okay. Das, jetzt zum Beispiel, das sind drei Punkte. Aha. Wenn er die Tonne direkt trifft, ohne Fremdeinwirkung, zwei Punkte. Äh, wenn er wirft und der Kollege die Tonne trifft, gibt's einen Punkt. Wenn er den Frisbee direkt in die Tonne reinwirft, ist das Spiel zu Ende und hat gewonnen. Ah, geil. Also, das ist kein, kein Saufspiel? Ne, das ist einfach nur Just for Fun. Wir spielen hier sowieso nicht so viele Saufspiele. Wir machen das ein bisschen entspannter. Jeder trinkt so, wie er will und alles ist gut. Ja. Finde ich auch sinnvoller. Ja, aber cool. Habt ihr das irgendwie selber irgendwie gemacht? Das hat ein Kumpel mitgebracht. Ich hab keine Ahnung, woher das hat. Ich hab's noch nie vorher gehört, aber jetzt spiel ich das erste Mal und das ist super geil. Ja, cool. Ja, dann euch noch viel Spaß und vielen Dank fürs Interview. Danke dir. Ciao. So, letzter Tag beim Hurricane Festival. Wollen wir mal die Stimmung einfangen? Okay. Hier ist was los, würde ich sagen. Ich seh nur Kaputte um mich rum. Meine Stimme ist leider auch kaputt, aber großartig, würde ich sagen. Ja, also es sieht so aus. Die ersten bauen schon ab hier. Unser Camp besteht noch. Ähm, Zelt steht noch. Aber in, denk mal, dreiviertel Stunde ist hier auch zappenduster. Äh, die Flasche wird ausgetrunken, die Wasserflasche, damit wir heute noch, äh, ähm, ordentlich Bier trinken können. Nein, natürlich nicht. Wir müssen heute Abend noch fahren und denn hier in Deutschland sind Polizeikontrollen am Abend. Da müssen wir aufpassen, äh, dass wir dann nicht unseren Lappen verlieren. Ähm, ähm, ja, jetzt gebe ich mal wieder zurück. Ja, vielen Dank. Ich denke, das ist also die Stimmung hier. Und da sind wir auch schon bei der Sprachanalyse. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Mal schmunzeln und, äh, ich fand das auch ganz witzig im Nachhinein, was da so von meinen Freunden, Bekannten oder einfach nur Festivalnachbarn erzählt wurde. Fangen wir mal an mit den Vokabeln und Redewendungen. Das erste Wort ist Campen. Campen ist kurzfristig im Zelt oder in einem Wohnwagen leben. Also, natürlich können wir nicht zu Hause wohnen, wenn wir dort auf dem Festival sind. Deswegen haben wir entweder unser Zelt oder unseren Wohnwagen dabei und leben dort drin für die Zeit des Festivals. Wir campen also. Auch hatte ich von einer Notlage gesprochen. Die Notlage ist ein aufgrund äußerer Umstände eingetretene, schwierige Situation, in der sich jemand befindet. Also, eine Notlage wäre zum Beispiel, wenn ich keine Zahnbürste mitgehabt hätte, ja. Abends packe ich meine Sachen aus und merke, oh, ich habe gar keine Zahnbürste dabei. Das wäre eine Notlage für mich in dieser Situation, denn ich müsste vielleicht ohne Zähneputzen ins Bett gehen. Oder aber mir von jemand anderem eine Zahnbürste leihen. Mit den Interviews wollte ich die Stimmung einfangen, hatte ich gesagt. Etwas einfangen bedeutet etwas festhalten. Also, jetzt kann man ein Tier zum Beispiel einfangen, wenn es ausgebrochen ist. Zum Beispiel, der Hund ist weggelaufen. Ja, den kann man versuchen wieder einzufangen. Aber in diesem Zusammenhang habe ich versucht, eine Stimmung oder Atmosphäre einzufangen. Das bedeutet einfach, die festzuhalten, indem ich sie aufgenommen habe und sie jetzt eben sozusagen für immer gespeichert habe. Also, ich habe sie festgehalten, die Stimmung. Und das nächste Wort ist spezifisch. Spezifisch bedeutet besonders, typisch oder charakteristisch. Also, wenn etwas spezifisch ist, dann ist es sehr speziell, kann man auch sagen. Also, das Genre auf einem Rockkonzert ist spezifisch für Leute, die gerne Rock hören. Also, es ist ein sehr spezieller Musikstil, der da präsentiert wird. Und damit habe ich dann auch gleich das nächste Wort erklärt. Das Genre ist einfach ein anderer Begriff für Musikstil. Also, Rock, Hip-Hop, Jazz und so weiter. Und es waren viele Genres vertreten, habe ich gesagt. Vertreten sein bedeutet anwesend sein. Also, es gab viele Musikstile. Es waren viele Genres vertreten. Und viele Leute drehen so richtig auf, erwähnte ich auch. Aufdrehen bedeutet Gas geben bzw. in Stimmung kommen. Also, Gas geben kennt ihr ja. Wenn man Gas gibt beim Auto, dann tritt man das Gaspedal durch und man beschleunigt. Das heißt also, es geht rund, kann man sozusagen sagen. Und man dreht das Tempo hoch. Man dreht den Motor auf. Und das kann man im übertragenen Sinne auch zur Stimmung sagen, also, oder zu Leuten sagen, die eine gute Stimmung haben. Sie drehen richtig auf. Also, sie geben Gas. Sie sind voll dabei und motiviert, ein bisschen Spaß zu haben. Viele sind so motiviert, dass sie sich sogar verkleiden. Verkleiden bedeutet ein Kostüm tragen. Also, da waren zum Beispiel Leute, die sich als Einhorn verkleidet haben. Ich weiß nicht, warum Einhörner so im Trend sind. Seit ein paar Jahren ist das so in Deutschland. Es gibt viele Produkte im Einhorn-Design. Man kann Wurst kaufen in Einhorn-Form. Und Einhörner sind scheinbar ein interessantes mystisches Wesen. Und ja, viele Leute verkleiden sich als Einhörner. Warum auch immer. Natürlich gab es auch andere Verkleidungen. Und je wilder, desto besser natürlich. Man könnte in diesem Zusammenhang auch von einem Ausnahmezustand sprechen. Der Ausnahmezustand ist dann gegeben, wenn eine unübliche Situation bzw. eine außergewöhnliche Situation vorgefunden wird. Also, der Ausnahmezustand bedeutet, etwas ist komplett anders als sonst. Es wird auch oftmals negativ verwendet. Also, wenn zum Beispiel schlechtes Wetter ist. In Deutschland im Winter, wenn wir dann wirklich mal Hagel und Kälte und Schnee haben, dann können viele Leute damit nicht um bzw. die Bahnen fahren nicht. Es gibt ein Verkehrschaos. Und dann kann man von einem Ausnahmezustand sprechen. Denn das ist nicht der normale Zustand. Das ist eben ein Ausnahmezustand, der alle paar Jahre mal vorkommt. Aber zurück zum Campen. Ich hatte da von Zelten gesprochen. Das Zelt ist eine Unterkunft aus Stangen und Stoff. Also, das kennt ihr, ne? Ganz früher von den Indianer- und Cowboy-Filmen. Da haben die Indianer auch in Zelten gelebt. Und, ja, wenn man campen geht, nimmt man natürlich auch ein Zelt mit. Die gibt es heutzutage in allen Formen. Ganz früher war das natürlich so spitz zulaufend oben. Und heutzutage gibt es auch diese Wurfzelte. Auch ganz interessant. Die sind sehr schnell aufzubauen. Aber es dauert ein bisschen, bis man weiß, wie man sie wieder abbaut. Steht drauf irgendwie. Steht in zwei Minuten oder in 30 Sekunden. Aber abbauen ist dann doch schon etwas länger, wenn man das noch nicht gemacht hat. Aber die Profis kommen natürlich nicht im Zelt, sondern sie bringen alles mit, was man so zum Campen braucht. Unter anderem eine Musikanlage. Und dann braucht man natürlich einen Generator, der den Strom erzeugt. Also der Generator ist eine Maschine zur Erzeugung von etwas. In diesem Fall Strom. Es gibt sicherlich auch andere Generatoren, die andere Dinge generieren. Also erstellen, erzeugen. Das nächste Wort ist die Dose. Ich hatte von Ravioli aus der Dose gesprochen. Und die Dose ist ein Behälter für Essen oder Trinken. Denn, also das kennt ihr, die Sachen, die schon vorgekocht sind, die man eigentlich nur noch aus der Dose rausnehmen muss und sie warm machen muss. Dieses fertige Essen, das ist alles in der Dose. Das nächste Wort ist die Ausrüstung. Die Ausrüstung bedeutet die Ausstattung, um etwas durchzuführen. Also um gut ausgerüstet zu sein, braucht man viele Dinge, wie zum Beispiel das Zelt oder eben auch wetterfeste Kleidung. Und das ist die Ausrüstung. Das sind alles Dinge, die zur Ausrüstung, zur Ausstattung gehören, wenn man campen möchte. Und wenn man gut ausgerüstet ist, ist man für jede Situation gewappnet, sagte ich. Gewappnet bedeutet gut ausgerüstet, also gut ausgestattet. Wenn man Gummistiefel hat, ist man gegen Regen oder Unwetter gewappnet. Wenn man einen Sonnenhut dabei hat, ist man auch gegen starke Sonne gewappnet. Dann hatte ich eine Frage gestellt und zwar hatte ich gesagt, wie läuft's? Wie läuft's bedeutet eigentlich, wie kommst du voran? Was machst du gerade? Also wenn ich jemanden treffe, einen Freund, den ich länger nicht gesehen habe, dann würde ich sagen, hi, wie geht's? Wie läuft's bei dir? Was machst du gerade? Wie geht's dir gut? Das ist eine sehr typische Frage. Wie läuft's? Dann hat jemand davon gesprochen, dass wir große Geschütze auffahren. Große Geschütze bedeutet, große Geräte, Waffen oder einfach nur Ausrüstung mitbringen. Also ein Geschütz kommt ursprünglich vom Militär, ist natürlich eine Waffe, aber davon spricht man heutzutage selten. Große Geschütze sind einfach große Dinge, die man da mitbringt. Und wenn jemand große Geschütze auffährt auf einem Festival, dann bringt er etwas mit, das sehr groß ist. Wir hatten auch von Heu gesprochen, also dass normalerweise auf diesen Flächen, wo das Festival stattfindet, Heu angebaut wird. Heu ist einfach nur getrocknetes Gras, beziehungsweise dieses trockene Futter, was man für die Tiere verwendet. Getreide wird ja zu Stroh gemacht und Gras wird zu Heu gemacht. Viele Leute hatten ihren Wohnwagen dabei, hatte ich gesagt. Der Wohnwagen ist ein zum Wohnen auf Campingreisen ausgestatteter Anhänger für einen Pkw. Also das ist das Ding, was man hinten mit einer Anhängekupplung an das Auto anbringt. Und es gibt auch Wohnmobile. Wohnmobile sind die Fahrzeuge, wo alles in einem ist. Also man kann da vom Cockpit aus direkt sozusagen in den hinteren Bereich gehen. Das geht beim Wohnwagen nicht. Das ist ein separater Wagen, also Anhänger, der an den Pkw angehängt wird. Und viele, die campen gehen mit dem Wohnwagen, haben auch einen Pavillon, der sie dann vor dem Wetter mehr oder weniger schützt. Und der Pavillon ist ein großes, viereckiges, offenes Zelt. Also der ist zu allen Seiten offen. Das ist so ähnlich wie ein Zelt, meistens mit Plane. Und den baut man eben auf, um ein bisschen geschützt zu sein. Darunter kann man sehr gut sitzen, kann seinen Tisch aufbauen. Und man sollte ihn sehr gut befestigen, genauso wie die Zelte. Denn bei einem Unwetter können die Zelte und Pavillons auch gut mal wegfliegen. Das macht man mit einem Hering. Das ist eigentlich ganz witzig, das Wort. Das habe ich jetzt hier nicht auf der Liste drauf. Der Hering ist eigentlich ein Fisch. Aber hier in diesem Zusammenhang sind das diese Nägel, mit denen man die Zelte befestigt oder auch den Pavillon. Da spricht man vom Hering. Aber das nur am Rande. Dann wurde auch das Wort die Schose verwandt. Also die Schose ist eine Sache bzw. Angelegenheit. Jemand sagte, die ganze Schose hier, also die ganze Angelegenheit wird bald vorbei sein. Oder ja, bald ist die ganze Schose hier vorbei, könnte man sagen. Also die ganze Angelegenheit, das Festival ist bald vorbei. Also die ganze Schose ist vorbei. Schose ist ein sehr vager Begriff, also für Sache oder Angelegenheit. Dann hatten wir davon gesprochen, dass einige Leute gut dabei waren. Also wenn jemand gut dabei ist, ist das eine Umschreibung für Betrunken sein. Anstatt zu sagen, ich bin betrunken, kann ich sagen, ich bin gut dabei oder er ist gut dabei. Warum das so ist, weiß ich nicht genau, aber ich finde es eine sympathische Art, das zu umschreiben. Gut dabei sein. Ich hatte gerade von vage gesprochen. Ein anderes Wort für vage ist schwammig. Also eine schwammige Aussage bedeutet eine vage, unklare Aussage. Wenn ich also sage, ja, ich komme vielleicht morgen, aber ich weiß noch nicht, dann ist das eine sehr schwammige Aussage. Also ich drücke mich nicht klar genug aus. Das nächste Wort hat wieder mit Alkohol zu tun und zwar das Saufen. Denn Saufen bedeutet viel Alkohol trinken. Das ist auch wieder vom Tierreich übernommen. Also die Menschen essen und trinken und die Tiere saufen und fressen. Und viele Leute benehmen sich unter Alkoholeinfluss wie Tiere. Und deswegen spricht man da vom Saufen. Also viel Alkohol trinken gleich Saufen. Wenn man allerdings keinen Alkohol getrunken hat, also komplett auf Null ist sozusagen, dann spricht man davon, nüchtern zu sein. Also wenn ich keinen Alkohol hatte, bin ich noch nüchtern. In einem anderen Sinnzusammenhang kann man auch von nüchtern sprechen, wenn man noch nichts gegessen hat. Also wenn man zum Arzt geht, soll man manchmal für einige Untersuchungen nüchtern bleiben. Das bedeutet dann nicht, dass man ohne Alkohol hingehen sollte. Natürlich sollte man das immer, also man sollte nicht mit Alkohol zum Arzt gehen. Aber nüchtern bedeutet hier dann eben, nichts gegessen zu haben. Also wenn man morgens einen Arzttermin hat um 8, dann heißt es oftmals, erscheinen Sie bitte nüchtern, damit wir eben die richtigen Ergebnisse erzielen bei unserer Untersuchung. Dann kommen wir zur Sektion Essen. Den Knoblauch hatten wir erwähnt. Der Knoblauch ist eine Art Gewürz mit strengem, durchdringendem Geruch oder Geschmack. Das kennt ihr vielleicht vom Döner oder von der Pizza. Oder es gibt auch Knoblauchbrot. Oder ja, es gibt so viele Sachen, wo Knoblauch drin ist. Das schmeckt auch einfach sehr, sehr gut. Es ist ein leckeres Gewürz. Aber man riecht eben sehr stark danach. Also wenn der Partner Knoblauch gegessen hat, dann sollte man möglichst auch Knoblauch essen, damit man das dann eben nicht so stark riecht. Knoblauch wird auch oft beim Grillen verwendet. Der Grill ist das Gerät zum Rösten von Fleisch, Gemüse oder auch Fisch. Also da, wo die Kohle reinkommt, wo dann das Rost draufkommt und oben dann die Sachen draufgelegt werden, die eben gegrillt werden sollen. Es gibt natürlich auch Gasgrills. Es gibt verschiedene Sorten. Aber so das Standardding ist der Holzkohlegrill, den man dann zum Grillen mitnimmt. Und das Grillen bzw. das Ganze drumherum war eine Sause. Die Sause bedeutet Feier oder Party. Also man hat eine wilde Sause. Das bedeutet, man hat eine wilde Feier. Es wird wahrscheinlich viel getanzt, getrunken und gesungen. Also man hat eine große Party, eine Sause. Gegrillt haben wir auch noch den Feta-Käse. Feta ist ein griechischer Weichkäse aus Schafsmilch. Die Party war voll in Gange, haben wir gesagt. Voll in Gange bedeutet bereits mittendrin sein. Also wenn euch jemand fragt, der zum Beispiel zu spät kommt, der kommt zu spät zur Arbeit, ihr habt ein Meeting und er fragt, oh, bin ich zu spät? Und dann könnte man sagen, wir sind schon voll in Gange. Also wir sind schon eine halbe Stunde mitten im Gespräch. Das heißt, wir sind schon auf Arbeitstemperatur und wir sind eigentlich schon fast fertig oder mittendrin. Also voll in Gange, mittendrin sein. Eine andere Frage, die vorkam, war, was steht an? Das war so ein bisschen wie, wie läuft's? Also was steht an, meint aber mehr, was kommt als nächstes? Also was ist der Plan? Wie sieht es aus? Was kommt als nächstes? Das könnt ihr auch sagen, wenn ihr einen Freund oder eine Freundin fragt, was sie heute Abend vorhat, dann kann man sagen, was steht bei dir heute Abend an? Einer der Nachbarn kam gerade aus seinem Bulli, sagte er. Der Bulli ist eine andere Bezeichnung für VW-Bus. Ich möchte hier nochmal betonen, dass es natürlich auch andere Busse gibt als den VW-Bus. Aber der VW-Bus hat eine besondere Stellung unter den Campern. Er ist sehr beliebt tatsächlich, auch in Deutschland. Und für diese alten VW-Busse kann man richtig, richtig viel Geld dalassen, also viel Geld ausgeben. Und gerade der Bulli, so im Ursprung, ist dieser T1. Das ist der allererste alte VW-Bus und der ist sehr, sehr, sehr beliebt und auch sehr, sehr teuer. Also Bulli gleich VW-Bus. Wir hatten auch Frisbee gespielt. Frisbee ist eine Scheibe zum Werfen. Das kennt ihr auch, diese Scheibe, die man durch die Luft wirft oder in die Luft wirft und dann hofft, dass sie bei dem anderen ankommt. Und das haben wir halt auch gespielt, so zwischendrin. Das war ausnahmsweise mal kein Trinkspiel, sondern einfach nur ein Spiel, was wir nebenbei und zwischendurch gespielt haben. Also ein Zeitvertreib. Das nächste Wort ist Darüberstehen oder ich sagte Drüberstehen. So ist das manchmal in der gesprochenen Sprache. Da werden Vokale einfach ausgelassen. Drüber oder Darüberstehen bedeutet über etwas erhaben sein oder einem nichts ausmachen. Also wenn ich zum Beispiel einen kleinen Fehler gemacht habe und ihn mir sehr zu Herzen nehme, das heißt, es für mich schlimm ist, dass ich diesen Fehler gemacht habe, dann könnte jemand anders zu mir sagen, ach, da musst du einfach drüberstehen, das sollte dich jetzt nicht beschäftigen. Vergiss das einfach und mach weiter. Ja, das sollte dich nicht länger beschäftigen. Das nächste Wort ist der Speckgürtel. Das hat erstmal nichts mit Speck zu tun und auch nichts mit einem Gürtel. Der Speckgürtel ist das Umland einer Region. Also von daher könnte man sagen, der Kern ist sozusagen die Region, also Hamburg zum Beispiel als Region. Und der Speckgürtel wäre der Bereich rund um Hamburg, also so 50 bis 100 Kilometer ringsherum um Hamburg. Das wäre dann der Speckgürtel. Und viele Leute wohnen auch im Speckgürtel, denn in Hamburg wird natürlich viel gearbeitet. Und die Pendler, also die Leute, die hin und her fahren, die pendeln zwischen Speckgürtel und Stadtmitte. Dann kommen jetzt zwei Trinkspiele und zwar ist das einmal Flunkyball oder Flunkyball. Also wir benutzen natürlich viele englische Begriffe, auch im Deutschen. Flunkyball ist ein Trinkspiel. Das wurde auch erklärt im Interview, da möchte ich nicht näher drauf eingehen. Da geht es eben darum, mit einem Ball eine Flasche zu treffen und dann möglichst schnell Bier zu trinken. Und das nächste ist Bierpong. Das kennt ihr wahrscheinlich auch unter diesem Namen. Das ist ein internationaler Name. Und das ist auch ein Trinkspiel, bei dem man eine Art Tischtennis spielt, nur ohne Schläger und versucht mit dem Ball in die Becher, die leicht befüllt sind mit Bier, den Ball hineinzuwerfen. Und wie bei allen Spielen in diesem Bereich geht es einfach darum, viel Spaß zu haben und viel Alkohol zu trinken. Dann hatten wir noch über die Musik gesprochen. Und zwar hatte jemand gesagt, es holt mich nicht ab. Wenn es einen nicht abholt in der Musik, dann bedeutet das, dass jemanden das nicht emotional berührt. Das kennt ihr vielleicht auch von Bands, die aktuell bekannt sind und erfolgreich sind, dass ihr denkt, irgendwie kann ich das nicht nachvollziehen, warum die so erfolgreich sind. Also mich holen sie jedenfalls nicht ab. Das nächste Wort ist die Fremdeinwirkung. Die Fremdeinwirkung bedeutet der äußere Einfluss. Wenn es eine Fremdeinwirkung gibt, dann ist es immer was von außen. Zum Beispiel kann ich meine Stunde in der Schule planen, so gut es geht. Wenn dann auf einmal der Feueralarm angeht, dann ist das eine Fremdeinwirkung und dann müssen wir den Unterricht verlassen. Also da kann ich nichts machen. Das ist eine Einwirkung, ein Einfluss von außen. Und dann muss ich meinen Unterricht verschieben. Man könnte auch sagen, in dem Moment, wo die Fremdeinwirkung, also der Feueralarm losgeht, ist zappenduster mit meinem Unterricht. Zappenduster bedeutet entweder völlig dunkel oder aber einfach Schluss. Also ich muss meinen Unterricht abbrechen, weil der Feueralarm losgeht. Deswegen ist erstmal Schluss mit meinem Unterricht. Da könnte man sagen, so und jetzt ist zappenduster. Das ist natürlich auch umgangssprachlich, aber es ist ein weit verbreiteter Begriff. Zappenduster, also Ende oder dunkel. Und die letzte Vokabel für heute, der Lappen, auch umgangssprachlich für der Führerschein. Also am Ende des Festivals musste man aufpassen, dass man nüchtern ist, dass man nicht mehr gut dabei ist, also kein Alkohol im Blut hat. Denn viele Polizisten warten darauf, dass die Leute vom Festival zurückkehren, um sie dann auf Alkohol und Drogen zu testen. Und wenn so etwas im Blut festgestellt werden sollte, dann ist man ganz schnell den Lappen los, also den Führerschein los. In diesem Sinne, ich muss auch gleich los. Ich hoffe, ihr fandet diese Episode unterhaltsam. Ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, dass ich in letzter Zeit etwas unregelmäßiger poste, dass ich versuche, das alles aufrecht zu erhalten. Aber bei mir ist momentan relativ viel los privat. Ich bin umgezogen, das Wetter ist schön. Und manchmal findet man einfach nicht die Zeit aufzunehmen. Ich hoffe, ihr entschuldigt das. Ja, wenn euch das gefällt, was ich mache, gebt mir ein Like auf Facebook, abonniert mich bei Instagram, folgt mir auf allen Kanälen, die ich da zur Verfügung habe. Und wenn ihr mögt, könnt ihr mir auch eine kleine Spende da lassen. Den Link findet ihr in den Shownotes unter PayPal. Das war es von mir. Mir bleibt nur zu sagen, viel Spaß euch beim Lernen. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, abonniert doch bitte meinen Podcast und lasst mir einen Kommentar da. Vielen Dank und bis bald. Euer Robin.